Hey, ihr kleine Oslox und willkommen zu einer kleinen Runde Minefighter. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, bitte guckt den anderen Part, den ich letztens hochgeladen habe. Den verlinke ich auch. Mit dabei ist natürlich der Steltide. Hey, er dreht sich um. Alter, er schreibt hey, ja. Oh. Gut, dann fahren wir mal ein bisschen Holz. Oh, ist das gemein. Hallo, Herr Bergmann. Hallo, guten Tag. Na? Ja, aber ich bin das ja gewöhnt von dir. Ja, das kannst du nicht anders. Vor der Aufnahme bist du immer liebevoll und sobald es irgendwie an die Aufnahme geht, werde ich wieder nur gemobbt. So krass. Wie früher in der Schule. So krass jetzt auch. Deswegen bin ich YouTuber geworden. Hallo, Malu. Hallo. Geht's dir gut? Mindfighter scheinbar. Weißt du, jetzt bist du wieder nett, aber außerhalb der Ausnahme bist du immer... Außerhalb der Aufnahme? Bist du immer ein Arschloch. Bin der Liebste und Beste Mensch. Nee, nee. Ich blende mal hier was ein. Arschloch. Kannst du mich mal kurz beleidigen? Arschloch. Ja, das ist ja. Das hab ich jetzt einmal davor eingeblendet. Ging gar nicht verwirrend oder so. Ach man. Ja, aber da musst du ja einfach mal die letzten Folgen rauspicken. Da bin ich ja regelrecht ausgerastet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das stimmt. Was da, also was wirklich bei Minute vier passiert ist in der letzten Mindfighter-Folge. Ja, unglaublich. Unfassbar. 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 Ja, Mensch. Sind wir wieder hier gemeinsam. Ich hoffe, unser Teammate ist... Nee, ich glaube, der ist super nett. Ich frage ihn mal. Bist du nett? Ach scheiße, der sieht ja unseren Namen. Ja. Dude, I'm like turtles. Kann das sein, dass der ein großer Fan von mir ist? Hast du tolle Sachen? Ähm, nee. Ich baue mich bei Mindfighter grundsätzlich immer erstmal in eine Richtung. Ich höre aber Zombies tatsächlich gerade. Ja, hab ich auch. Just in dieser Sekunde. Und dementsprechend baue ich mich jetzt mal da. Ich hab ne Eisenbrust. Oh, ich hab einen kleinen Leck gehabt. Dann mach ich mir mal eben ganz kurz eine Eisenspitzhacke, falls wir etwas dementsprechendes finden sollten. Kannst du vielleicht erstmal schwer da machen? Hä? Warum? Junge, ich bin pazifistisch veranlagt. Ja. Das ist das genau richtiges Spiel. Oh, der ist mir tot. Ja, guck mal. Jups. Ich höre Leute. Ernsthaft? Ja. Dann renn schnell nach Hause. Ich renn weg. Renn nach Hause. Ich seh Leute. Nein, nein, nein. Das bist du, das bist du. Über uns. Das ist ein Blauer über uns. Ich hab dich, du hast gesneakt, deswegen hab ich dich, ach ich war grad ein bisschen panisch, Alter. Nimm, Herr Bertmann. Ich bin weit weg, ich bin wieder, ich bin wieder bei Dingens. Ja, komm wieder zu mir. Nein, ich will mich jetzt da entgegen bauen. Warum denn? Arno, ich muss diese Höhle jetzt. Okay, okay, mach es. Komm, komm wieder her, komm wieder her. Okay, bin sofort da. Hol mich ab, Mann, hol mich ab. Ich hol dich ab. Behe mich hoch. Ich bin auf jeden Fall, also ich, ich kann die, ich kann den Zombie schon regelrecht riechen. Stinkt der? Ja, er riecht so ein bisschen wie, ich? Wie, wie, nee, so ein bisschen wie, wie Disco morgens um sechs. Geil? Ja, sehr geil. Supergeil. Deine Spitzhacke ist kaputt. Ich bin, ich bin ganz, ganz durchgegangen. In so einem Loch hier, ich seh's. Ja, in so einem Loch, in so einer Spiele. Alter, ist das laut. Kann das sein, dass ich perfekt dran vorbeigegraben hast? Ich weiß es nicht. Ja, oh, Alter, ja, hier ist es richtig laut. Ich glaube, es ist eher hier. Ich höre sie gerade gar nicht mehr. Ich höre sie richtig laut. Hier, komm her. Aber wo ist denn unser Mate? Ich weiß es nicht. Hast du ein Schwert für mich? Ja. Hast du auch eine Spitzhacke für mich? Äh, nee. Deine Steinspitzhacke oder so? Nee, hast du nicht. Eine Eisenspitzhacke, die will ich dir nicht geben. Gib doch mal bitte. Nee. Ich mach dir eine neue. Alles okay, danke. Leg dir mal den Kompass bitte ins Inventar. Hab ich. Sehr gut. Äh, hier, nimm. Für dich. Extra für dich. Das ist so lieb für den Mann. Ah, der ist unser Mate. Ah, okay. Was macht der denn? Ich will wissen, wo diese Höhle ist. Interessiert mich mehr. Ja, ich will... Vielleicht existiert sie gar nicht. Nee, die muss über uns sein. Die muss über uns sein. Das kann doch gar nicht sein. Oh, ich seh einen Namen. Ja? Ich seh einen Namen. Ja, ja, ganz nah. Also, was heißt ganz nah? So 20 Blöcke? 30? Direkt da, genau. Sneak. Direkt über uns. Sind auch nur zu zweit. Ich seh sie. Ich seh sie. Ah. Grab dich mal hin. Aber wir haben kein Equip. Was machen wir denn da? Ich weiß es nicht. Meinst du, die haben Equip? Ja. Ehrlich gesagt schon. Was machen wir jetzt? Ja, kann er nicht hingraben eigentlich. Eigentlich ist das doof. Ja, warum machen wir es dann? Ja, keine Ahnung. Ich kann nicht aufhören, Manu. Ich kann auch nicht aufhören. Scheiße. Oh, ich bin in der Höhle. Oh. Ja, danke. Die haben uns geholfen. Was ist die? Die sind hier? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Warte, wir machen einfach kaputt die Kiste. Da müssen wir nicht ensneaken. Okay. Ich seh, da sind die Namen direkt vor uns. Siehst du sie? Äh. Ja, ja, ja. Wir können uns also noch anschleichen. Ja. Oder wir sollten, lasst uns mal bitte ganz sneaky das Eisen abbauen und das dann alle schmelzen hier. Ja. Da ist wieder einer tot. Das geht aber fix heute. Der Grüne? Ja. Hä? Ja, aber von wem denn? Ich weiß es nicht. Wie muss da Team Gelb sein, wenn wir das nicht sind? Das heißt, die sind bei Gegnern. Und das heißt, die haben jetzt nochmal Doppeltequip. Ich muss ensneaken, Alter. Oder sind die einfach irgendwo reingefallen? Normalerweise steht doch da von wem die Kiste geworden. Ach so, ach stimmt. Oder gelieft. Oder durch einen Zombie oder whatever. Hast du ein bisschen den Blick, wo die sind? Ja. Immer noch genau da, wo sie vorher waren. Nice. Ich glaube, die equipen sich gerade schön. Ja, das ist doch nice. Bist du noch mal so einen fetten Tierblock? Ja, die haben mit Sicherheit schon Dia-Sachen. Ja. Beim letzten Mal haben wir uns ja auch voll erschrocken. Ja, aber ob wir das nutzen können, weil unser Maid ist, glaube ich, ein bisschen abwesend. Nö, der ist voll doch mit uns ab. Ich schätze ihn so ein, dass der gerade fleißig am... Guck mal hier. Am, äh, Kraften ist. Am Kraften. Am Kraften. Ja, nee, das... Oh. Ja, komm, lass zurückgehen. Lass zurückrennen. Okay, okay, ich renne. Ja, okay. Ich komme. Zu ihm. Was? Der 30 Eisen? Ernsthaft? Ja, er hat 30 Eisen. Er ist eine absolute Maschine. Nicer Boy, Alter. Er ist eine absolute Maschine. Bauen wir alles zu, bitte. Bauen wir alles zu bei uns. Ja, Moment. Ich mache hier gerade die Öfen. Ja, ich auch. Ach so. Oh. Aber wir sind ein richtig gutes Team. Habe ich noch nie gehabt, so ein geiles Team, Alter. Ja, geil. Okay, noch ein Iron und ich habe es. Was hast du? Full Iron. Okay, nice. Dann hier. Nice. Dann sollten wir jetzt entweder zu den Rennen. Ja, das mache ich. Ja, mach mal auf. Ich mache es auf. Äh, sie sind... War das jetzt gerade ein Block oder waren die das? Ich weiß es nicht. Nee, sie sind... Das würde auch von der Position her... Sie sind unter uns. Scheinbar. Ich glaube, ich gehe nochmal oben in die Höhle, Manu. Wir sollten zusammenbleiben. Wir sollten echt zusammenbleiben. Hä? Nee, ey, ohne Mist. Die sind... Ja, ich sehe sie. Das war doch kein Dreck. Komm zu mir. Okay. Ins Loch. Ja, ich will nochmal Eisen holen mit Full Iron. Der ist direkt vor dir, der Grüne. Ja, ich weiß. Ich will zu ihm. Aber das ist ja nicht gelb. Ja, egal. Ach so, Grün ist allein. Ja, dann lass reinrennen. Komm. Ist doch geil. Digga, wie geil, Alter. Wie geil. Wir sind da. Komm. Ja, kriegst du. Als ob... Alter, ich wäre gerade fast gestorben. Als ob, Mann. Oh Gott, hier sind ja Tiere. Was ist denn hier los? Lava, Digga. Was gibt es denn hier für Items? Und wie viel Iron? Ja, okay. Ein bisschen gefährlich hier. Ja. Ich habe zwei End... Enderpearls? Hier baut jemand ab. Hier baut jemand ab. Was? Wo denn? Oder habt ihr gerade Blöcke platziert? Ich nicht. Äh, vielleicht. Zum sichern. Ja, da... Das würde ich komplett... Das würde ich komplett sein lassen. Ich darf es mal nicht so durchdrehen. Immer wieder müssen runterkommen jetzt. Dass wir die Öfen auch einfach gar nicht mehr genommen haben. Ja, doch. Wofür auch? Aber hier ist ganz nice. Ich bin direkt am Bench. Ihr seid doch voll Iron, oder? Ne, mein Hülschen fehlt noch. Ah ja, geil. Mein Hülschen fehlt noch. Ich habe eine Workbench, ne? Also... Ja, habe ich gerade einmal schon eine gecraftet, Alter. Oh, geil. Schon wieder. Das ist ganz zu spät, Alter. Ich bin da oben. Ja, da bin ich da oben. Yellow ist nur noch alleine? Ja, okay. Dann renne ich halt offensiv rum. Ja. Warte, woher kamen wir? Von hier her kamen wir. Okay. Der ist doch sogar direkt bei uns. Ich renne rein. Ich renne rein. Okay. Ich bin voll Iron. Ich renne jetzt aber Yolo rein. Sterbe ich halt. Wenn er mich kriegt, dann kriegt er mich halt. Bist du wieder zurückgerannt? Ja, er ist genau da, wo wir Loch gegraben haben. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, Alter. Hier ist ein Enderman. Ne. Ich sehe ihn nicht. Er ist hinter dir. Ich sehe ihn. Ernsthaft? Ja, ja. Hier oben. Hier, hier, hier. Hier oben ist er. Ach, da. Ah, war ich ja richtig. Hier wollte ich mich gerade hochgraben. Uh. Digga. Bleib mal locker. Digga. Der war so laut, Alter. Da ist Aboment. War der TNT? Bestimmt. Fände ich cool. Er kommt. Er baut sich hoch. Oh Gott. Äh. Creeper? Das war, ach, das war ein Creeper. Oh Mann. Ich dachte, das wäre TNT. Oh, was? Was findet er denn da an? Hä? Wo ist er denn hier? Dann ist er einfach. Dann ist unser Mate einfach in Lava gestorben. Ja, ja. Wurde vielleicht reingestupst. Vielleicht war er erst von einem Creeper. Ach so. Ah ja. Ja, das wird sein. Das wird sein. Okay, Leute. Dann guckt euch auf jeden Fall noch die andere Runde Miene-Fighter an. Bewerte den Part. Und schaut in die Beschreibung. Da ist nämlich der Batman drin. Bis bin ich? Hallo? Ja, das bist du. Tschüss, bis dann. Ciao.